Muss man Pause schreien, wenn man Pause will oder was, willst du das? Ja, glaub ich Okay, enjoyen wir mein Server Okay, enjoyen wir mein Server Ja, Screen Remover Ich hab glaub ich no Respawn Timer on, aber das ist doch egal, oder? Ja, glaub ich im Moment auch Screen Remover Zack Machst du doch Screen Remover an? Ah Wie heißt der? Einfach nur TeamDL eingeben Und der eigentlich kommt Wie soll ich das Match Viewer sehen? TeamDL, Screen Remover Vielleicht wenn du aber nur Screening Ah, ich hab mir ne Virtual Screen Remover Ah, vielleicht TMWT wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja Okay Musst du das noch anmachen? Ja Ja So nen Haken rein machen Bei Plugins Finke Wo Plugins und dann... Achso, okay Ah, okay Jetzt hab ich's Oh ja Ja Warten jetzt nicht Hier ist mich so ne... Hier ist der Carl Jr. Anzwinger mit nem Run Haha Ja Ja Oh Gott, hab schon wieder Hero CP´s Ja? Ja? Oh well 1,11,96 Horn geht, mach ich lieber nicht. Was? Horn geht in-game, mach ich lieber nicht. Gibt aber keine Roll dafür Oma ist sowieso schon sauer auf uns, Leute. Haurus Abuse No comment Ich nehme übrigens auf, ne? Also falls du Oma trash-talken willst Ach, warum gehen wir denn auf unseren Bann, was wollen wir denn doch jetzt? Ich starte gar nicht erst Was ist das, wenn wir nicht fahren, oder? Ich meine, wir Bann ja eh als erstes, also von daher Ja 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 Ah ja 33,8 ich und Karl bei dem Yannot CB Die sind auf jeden Fall ready auch hier Bringt noch nichts Sollte die sind auf jeden Fall Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Das wäre erstes Slowdown. Ja, Slowdown wäre schon gut sein. Aber wir sind ja krass. Auf Slowdown. Ja. Easy. Okay, let's go. Jetzt geht auch unser fucking Air-Tag los. Blurrt. Hier, einmal. Auf Erde. Easy. Let's go. Schaust du, wie es aussieht mit ihren zwei unterschiedlichen Flaggen. Das ist einiger bei uns. Genau. Let's go. Go, go, go. Good luck, good luck. Go, go. Close. Einer dead. Ja. Du riskierst, ich safe. Ja. Ich bin gesprungen. Nein, keine gute Runde. Oh, ist okay. Kann mehr machen. Du musst dich riskieren, deswegen keine gute Zeit. Ich habe riskiert. Und Draw gemacht. Ja. War gut. Ja. Ich werde umkommen. Aus aber. Ja. Sein ist gerade. Ich bin leider abgehoben. Ah, schade. Ich habe es noch gesaved. Mit No Slide übrigens Punkt 9 gefahren. Ja. Let's go. Ist okay, ist nur ein Punkt. Das ist gigabell. Das ist gigabell. Ich bin dead. Ich bin dead. Ah, ich bin auch dead. Ich musste auch riskieren. Ne. Hm. Okay. Die sind eigentlich nur consistent 56 hoch. Vom Pace her machbar. Aber die sind nicht reggae geworden. Ja, sehr reggae. Okay, auch noch machbar. Ja. yeah. Ja, ich muss leider riskieren, weil du ein bisschen dumm bist. Ja. Ja. Einer ist... Einer ist dead, hast du ihn? Ja. Ah, schauen sie mir grad zu. Ja, ist okay, ist okay, ja. Der Pack ist stark, ja, ey. Ja. Aber es ist machbar, es ist nicht krank gepacet. Ja, wir können die acen einmal. Ich bin schon in fünf Metz. Ich wurde kurz ausgewertet, und wo es nicht braucht, ich kann sich nicht mehr ausgewertet, Und, wo es nicht mehr ausgewertet hat, zu viel für mich auf den Weg in den Hüttchen. Ja, wir müssen mit den Hüttchen herbeigernisieren, was ich nicht mehr beinaheite, Also, ich mache das mit einer Hüttchen. Ich habe mir gerade eine Hüttchen. Ich habe eine Hüttchen, dass ich mich nicht mehr auf dem Hüttchen Die sind schon stark auf der Map Ja, pack, carry, pack, äh, Kalko, oder? Ja, das ist ein Backmap. Ja, was will man tun? Einfach probieren. Ja, also das war schon krass zu verformen, aber es war auch zu erwarten auf Slowdown, also eigentlich die einzige Map, wo das zu erwarten war, also unsere Map, let's go, das sollen die erstmal nachmachen auf der Map, hier, so ne Performance, das wird schwierig, let's go, 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 go. Ja. 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 Ah, schau dir, Mann. Wow, das hat uns beide sniped. Okay, let's go, focus, focus. Ich hatte das eh awake. Okay. 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 1-0 Ich hatte das eher wack Oh, nevermind Ich geh auf Wind, mach du safe Ja Ja, gut Nice, nice, nice Let's go 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 Mach Tiff Du? Ja Okay Einer wieder dead Du bist Päuschen Ja, das wird halt draw werden Mach du es so safe, wie es geht Ich probier bisschen 15, vorne Ja Habs ganz gut Ah, ich bin gecrashed Aber war worth it zu probieren Ach, ich war vorne Ja, ja, du warst vorne Hä? Wie war ich vorne? Ich war hinter ihm Punkt Ja, der hat den Gras verkackt oder so Keine Ahne, er hatte irgendwie Punkt 4 von Oder hatte wenig Speed, ich weiß nicht Ah, okay Weil ich war Ich war am Gras-Checkpoint Punkt 3 Ich hab nur Punkt 15 gehört Ich dachte, ich Punkt 15 hinten Ja, ne, ne, ne Weil das war ja vorher hinten, weißt du Äh, ist egal Warte Ja, ich hab das eher schlecht wieder Same, Gigabit Ja, ich hab das eher schlecht wieder Same, Gigabit Fuck Fuck Gell Ich versuche zweiten zu kriegen Ich hab das eigentlich gut Ah, ist mal ein guter Drawer Guter Drawer Guter Drawer noch Guter Drawer noch Come on Ja, ist okay Mach da einmal, nie wieder Kopium Come on Ja, nee Na Da Ich weiße Du Du Und Ich bin down Ja, bin giga down Fuck Ja, ist halt geschenkt Shit Aber ist okay, wir sind besser wie die auf der Map ehrlich gesagt Ja, ich darf den Start nicht crashen Ja, let's go Stopp, 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 stopp Alles Ja, also keine Ahnung Ist das deine Gaspedale oder Oder die andere Aber was? Ich glaube Ich glaube Keine Ahnung Weiß halt nicht, ob man das reindrücken kann Ah, das Elgato-Ding ist halt anders, weißt du? Na ja, weiß ich jetzt nicht Ich weiß, ob das jetzt passiert Und Keine Seite nicht mehr, also noch Halt komplett unten Gibst du Gas aufm Linken? Was? Gibst du Gas aufm Linken oder wie? Ja Ach so Ja, also ich kann das eigentlich Ein bisschen anders, aber Ja, ja, das geht, das geht Wir machen das Sonst Was hast du vor? Kannst du es fixen, oder? Wenn ein anderes Paddle ist, ist halt ein bisschen anders, aber Okay Soll okay sein Okay, let's go Trackpoint, Solare Set, sehr close Ich kopiere wieder Ja Ich habe es, ich glaube er hat gefehlt, nice man, let's go, ich habe es gesehen, ich habe Das war es ungespült, let's go, macht victory, victory, victory Ich hatte einen schlechten Start, ich will Carlos auch finden vorbei, ich bin Zweiter, alles gut Leicht hängen geblieben Leicht, ich safe Ja, ich probier es Also ich safe Ja, ich habe heute gesilft Okay, come on, 9-9 Unsere Runde machen wir Cool bleiben, alles easy Okay, ich bin Nein, ich bin gefailt Nope, leider nicht Sie haben halt Hero Runde Ah, ich hab so oft den Stand gefailt Ist okay, ist okay, ist okay Wir waren auch schon gut auf der Map Also, hätten wir gewinnen können Es war eigentlich nur Pac, der gut war Hätte er gewinnen können Komm an, die haben wir jetzt unsere gute Map auch gepickt Ja, das stimmt, das ist gut Let's go Ja, zwei gute Maps für uns wieder Let's go Okay, auf geht's Go 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 Okay, auf geht's 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 Ich bin rausgeslidert, hab's gesnipet, nice Sigmund Das Eck ist auch respawn gerade, ja mach einfach, mach einfach, einfach Hab ich ja, oder was? Naja, safe so safe Nice, okay, let's go, nice come on, gut gemacht, easy Okay, die sind nicht so gut auf der der Entity, chill runter, chill runter, alles gut Wir haben alle gefehlt Sehr schlechten Start Punkt 4 hinten Eine ausleitet Ja, ist Punkt 6 hinten, Punkt 3 hinter uns Sehr weird Ich hab's gigabyte, das Ende Bin zweiter, keiner finisht irgendwie, keine Ah, schade Ist okay Du pustest übrigens gerade mega giga 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 Was? Ist okay Alles gut Werden Die Ich habe es schnell Ist, nicht Kürze Verletz Ich darf Ich bin dead, aber ich habe es überlebt und 4 Ja, ich bin auch dort, ach man Ich habe halt schon am Start geklickt Ja, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht darüber zu sprechen Nicht zu antworten, you know, das müssen wir weiterspachen Es ist immer nur einer, der gut finisht, alles andere ist immer toll Das ist easy machbar Ich bin rausgeschleudert Ich bin ein bisschen weit weg, kannst du sehen Ja, das war Schadensbegrenzung Wir können auch mal einen Ace machen hier, kriegen wir hin Da haben wir letztes Game auch gemacht Mit 7, go go Ja, das war Schadensbegrenzen Ja, das war Schadensbegrenzen Ja, das war Schadensbegrenzen Servus Ja, das war Schadensbegrenzen Ja, das war Schadensbegrenzen Einer gefällt, einer gefällt Nein, Schade Schade Hm hmmm Ah, ich mach halt Flüchtigkeitsfehler Ist ok Freestyle 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 Es hat immer noch Winnerberg Let's go Jetzt Ich bin jetzt Ich bin just swims Ich bin da. Amen. Ah, aber keine gute Runde. Ja, my bad. Genau. Nope, keine gute Runde von denen. Die können wir beide schlagen. Ja, auf jeden Fall. Let's go. Ja. Hm. Ja. 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 Die haben es beide gut. Ja, das kann ich halt nicht fahren. Ja, das erste kann ich schon fahren oder das zweite. Let's go. Immer noch machbar. Okay. 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 Ja. Ich hab die Hördung. Die haben es beide gut. Nice. Ah, GR. Ich hab die Hördung. Ja, ich hab die Hördung. Einer Todes. Wo war es gerade, Ersten? Aber er ist halt auch da, weißt du? Ich konnte nicht den normalen Flip machen, aber das hätte eh sein können Let's go Ich bin tot, wir müssen leider begehen Ja klar, ich bin tot, also das ist halt nicht willable Also ich hatte eine ziemlich gute Identity, habe ich halt reagiert, oder? Ich habe einen Fehler gemacht Also hier ging es jetzt, aber die anderen Maps waren... Ja, die anderen Maps waren nicht so... Also das mit den Pedalen, das habe ich ja wirklich hops genommen Ja Also ob das jetzt kaputt geht, wirklich Also das ist wirklich, das ist wirklich eigentlich dreist 2,9 Jahre hab ich die Ah ja, die waren schon, also die waren schon sehr strong Jaaa Aber die waren schon echt gut Jaaa Die waren halt instant da, also auch auf Slowdown Ja Slowdown war halt auch winnable so Jaaa 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 Das ist theoretisch ja Also Karl war da nicht gerade, Karl war da nicht gerade krass Da war halt Pack nur wirklich, wirklich, richtig, richtig gut Aber war halt winnable von den Zeiten, ja Jaaa Jaaa Das war eigentlich winnable Also mit den Pedalen hat sich ein bisschen Also mit den Pedalen hat sich halt auch ein bisschen, ein bisschen rausgebracht Jaaa Jaaa Das Problem ist, ähm Das Problem ist, äh Das Problem ist, äh Das Problem ist, äh Das Problem ist, äh Jaaa Jaaa Dän